Alle reden über Corona. Wir tun unser Bestes, um dieser Herausforderung zu begegnen. Aber wir vergessen, dass es noch eine andere globale Herausforderung gibt, die uns wahrscheinlich noch viel länger beschäftigen wird. Das ist der Erhalt unseres Planeten. Das ist der Klimawandel. Das ist der Artenschutz, um den es geht. Da sind wir in einer der schwierigsten Epochen unserer Menschheitsgeschichte. Darum dürfen wir dieses Thema nicht ausblenden. Wir müssen es ernst nehmen. Deswegen möchte ich auch, dass wir für Bayern dies weiter zu einem absoluten top-prioritären Thema sind. Wir brauchen Klimaschutzgesetze. Wir brauchen eine Antwort auf den Klimawandel. Wir brauchen Klimaanpassung. Zum Beispiel mit einer Wasserstrategie. Wie können wir Bäume pflanzen, wenn sie kein Wasser bekommen? Das alles wollen wir in Bayern tun. Wir müssen insgesamt ein anderes Bewusstsein für Natur, für Pflanzen und für Artenschutz bekommen. Für mich ist das jedenfalls neben Corona eine der wichtigsten Herausforderungen und eine länger bleibende ethische Frage, mit der wir uns stellen wollen. Deswegen ist mir auch wichtig, dass wir Grün draußen pflanzen, aber uns auch mit Grün geben, wie hier jetzt neu in der Staatskanzlei. Das ist auch ein Statement. Ein Statement, dass für unsere Kinder und Kindeskinder der Erhalt unseres Planeten und der Erhalt dessen, was wir geerbt haben, auch für uns ein Auftrag für die Zukunft ist. Das ist auch ein Statement.